Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du die neue YouTube App für den 3DS als Webbrowser missbrauchen kannst. Dazu muss man sich erstmal ausloggen bei YouTube. Dann kann man hier oben auf Anmelden gehen. Nein, ich möchte nichts eingeben. Und dann hier unten auf Hilfe klicken. Das ist gerade eben noch in der Ecke drin. Dann müssen wir hier auf der Seite ganz nach unten scrollen, weil wir ja kein Android haben und deswegen keine Apps benutzen wollen. Und dann kann man hier unten über den Button auf Google zugreifen. Dann gebe ich einfach meinen Suchbegriff ein. Zum Beispiel flashkarten.de.vu Dann suche ich das einfach mal. Ich befinde mich immer noch in der YouTube App. Und damit hat man, soweit ich weiß, auch HTML5 Zugriff und sowas. Naja, und dann kann man hier schon direkt drauf gehen. Wenn man auf YouTube geht, wird man wieder direkt auf die App geleitet. Also dann kommt man wieder in das YouTube Gui. Na, meine Website ist noch nicht so wirklich dafür angepasst. Dann kann man hier auch die Seite direkt anzeigen, wenn man nicht die Google Kompatibilitätsansicht haben möchte. Na, und dann lädt die Website natürlich erstmal ein bisschen. Na, okay. Ich gehe wieder zurück in den Google Modus, weil das schneller geht. Und dann kann man hier halt theoretisch drauf surfen. Fast ganz normal. Ich kann mir hier mein neuestes Review durchlesen. Oder auf andere Dateireiter gehen. Leider kann man nicht nach links oder nach rechts scrollen, sondern nur nach oben und nach unten. Aber trotzdem funktioniert das alles schon richtig schön. Naja, zumindest kann man so eigentlich im ganzen Internet surfen. Weil man halt zu Google Zugriff hat und dadurch einfach irgendwelche Webseiten suchen kann. Und dadurch hat man halt Zugriff zum Internet. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielleicht findest du hier irgendwelche besonderen Funktionen raus. Der HTML5 Test geht leider nicht, weil der Browser immer noch kein JavaScript hat. Aber mal sehen, was sich daraus ergeben wird. Und nochmal als zum Zeigen, es ist immer noch die YouTube App. Dann bis zum nächsten Mal.